Großraumstörung in Köln. Aufgrund einer Großraumstörung am S-Bahnhof Köln-Geldernstraße-Parkhügel kommt es auf der Linie S6 und S11 zu Teilausfällen und Umleitungen. Die Züge der Linie S6 enden und wenden am Bahnhof Ehrenfeld und fahren dann zurück in die Gegenrichtung. Die Züge der Linie S11 fahren ab Köln Hauptbahnhof Brunehalt in Köln-Halsering, Köln-Nippes und Köln-Geldernstraße-Parkgürtel nach Köln-Longerich. Heute endet deine S6 außerplanmäßig in Köln-Ehrenfeld. Dort wendest du den Zug nach Essen-Hauptbahnhof und schließt dann die Türen. Gute Fahrt! Ja, das wünscht ColdMagics, das ist nämlich der Szenario-Bauer dieses Szenarios und das wünsche ich auch und begrüße euch damit ganz herzlich hier aus Köln-Hauptbahnhof in unserer Baureihe 422. In der wir mal den Fahrtrichtungswender reinstecken, Fahrtrichtung nach vorne wählen und die Türen aufmachen. Dann gehen wir einmal hier vorne dran. PZB-Störschalter auf Aus. Ne, doch genau auf Aus. Federspeicherbremse ist gelöst. Sie fahr, können wir anmachen. Fahrgasraumlüfter, jo, warum nicht? So, da steht, sie fahren nach Köln-Ehrenfeld. Wir sind auf der S6 unterwegs, ne? Genau. Das ist jetzt der falsche Fahrplan, den bitte nicht beachten. Geben wir mal hier ins FIS und hier auf Zugverband oder Verbund und fahren die S6 nach Langfeld, Nippes, Wohringern. Äh, ja. Hansaring vielleicht noch. Andi gab's nicht, ne? Nehmen wir mal Köln-Nippes jetzt einfach. Köln-Wohring einfach, weil, warum nicht? Okay, Türen zu. Okay, Signallicht auf Abblenden, Führerstandsbeleuchtung, Fahrgastraumbeleuchtung an. Jawohl. Zack, zack. Und dann, auf geht's. Okay. So. Okay. 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 Einmal hier auf die PZB achten. Hier im Kölner Hauptbahnhof steht dann die CE rum. Ja, achte auf. Warum hört das nicht auf? Gott, das war jetzt nichts zum Aushalten. Ach, das war gar nicht... War das die PZB? Ach, war das der Sifa-Bug? Fängt ja schon mal gut an. Also wer noch dran geblieben ist, Hut ab. So, und dann halten wir den Hansa-Ring. Und einmal an der Haartafel. Türen auf. Ja, da ist das doch mal ein guter Halt, oder? Ja, das Repaint hier übrigens von Nick Hawk. Das ist so ein Repaint, das es nur für den PC gibt. Also kein Livery-Designer-Repaint. So, wie sieht es mit dem Signal aus? Er zeigt immer noch Halt zu erwarten. Okay, Türen links zu. Und Leistung aufschalten. Wir haben Halt zu erwarten. Komisch, dass wir direkt in der 45 Überwachung sind. Müsste das nicht die 80, 85 sein? Auf die wir überwacht werden? So, ist das schon unser Signal? Ja. Sehr gut, Signal ist umgesprungen. Bevor wir, jetzt war glaube ich gar kein 500 Hertz Magnet verbaut, ne? Wir haben weiterhin halt zu erwarten. Jetzt übrigens sind 85 Einschränkungen. Ah, okay. Da noch ein Flugzeug. Einmal über die Weiche. So, da ist nochmal das Vorsignal mit Halt zu erwarten. Wird natürlich bestätigt. Da ist noch ein Basketballplatz, ne? Tennis. 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 Und das Szenario ist natürlich sehr, sehr kurz gehalten, aber manchmal liegt hier auch in der Kürze die Würze und in der Kürze liegt auch mal die Zwangsbremsung. So, da vorne ist glaube ich schon das Halt zeigende Signal, ne? Jawohl. Tennis. 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 Ok, und wir halten an. Hier hat sich natürlich viel S-Bahn-Verkehr angestaut, da vorne sehen wir es aufgrund der Großraumstörungen, die wir haben. Den Fahrplan bitte ich übrigens zu ignorieren, der ist für Rhein-Ruhr-Osten. So, wir dürfen VMAX25, weil wir in der 500-Hertzüberwachung sind und wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg, beziehungsweise mit verkürztem Weg zum Hauptsignal. Da noch ein Tal N2. Und da ist auch schon Köln-Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld, hier sind glaube ich TV-Studios, Köln-Ehrenfeld, da wird glaube ich das ZDF-Magazin Royal aufgenommen. So, Vorsignal-Wiederwohner muss nicht bestätigt werden. Jawohl, und wir ziehen die Bremse. Türen längst auf. Naja. Sehr gut. Okay. Genau, das ist auch schon unser letzter Halt. Daher, wie gesagt, ein sehr kurzes Szenario. Aber ist ja zwischendurch auch mal nicht schlecht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Liebe, alles Gute. Ei, das war so groß wie gesagt. So, jetzt free die Bremseposern mit pro North und indebiere Bremse trif totally so